Wo ist denn los bei euch? Wir haben eine Leiche, ein Pünsterputzer. Ich habe übrigens Partikel von Siegellack im Haar gefunden. Von einer Flasche, die im frühen 20. Jahrhundert gefertigt worden ist. Ohne Whisky-Flasche keine Tatwaffe, ohne Tatwaffe kann man ja da. Sie können doch jetzt trotzdem nicht saufen. Ich sauf nicht, ich vergöstige. Gut, dann will ich auch einen. Schon den Schluss? Hubert ohne Staller. Mittwoch um 18.50 Uhr im Ersten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017